Ja, Hallöchen! So, es geht los mit unserer Gruppe Top 100, Feier auf dem Pizkowac. Immer wieder ein mega, mega Erlebnis. Und hier meine Gäste. So, schaut mal. Danke, danke für den guten Flug. Schaut mal, was wir für ein geiles Wetter haben. Ist das nicht wunderschön? Hier noch zugefrorenen Seen. Da legen wir jetzt hoch auf den Pizkowac zur T-Time. Oh ja, Andreas. Marita. Sehr, sehr schön. Ein Traum wie immer. Du warst ja auch schon dabei, Marita. Ich liebe das einfach hier. Das ist so, so, so. Einfach ein Traum. Mit der Bergbahn brauchst du eine Stunde, anderthalb, manchmal noch zwei Stunden und ich glaube schon, wir sind vier, fünf Minuten oben. Hi, lieber Thomas. Schön, dass du auch dabei bist. Hey, Mena. Grüß dich. Hallöchen. Hier unten die Skifahrer. Danke, danke für die Herzchen. Und ich freue mich sehr, wenn ihr nächstes Mal auch dabei seid. Wir haben ja nochmal Grund zu feiern dieses Jahr. 30 Jahre Kramerin Naturkosmetik. Absolute Hammer. Ich kann es noch gar nicht glauben. Und auch der Gewinn der Speakerslam Award. Also zweimal noch Möglichkeit. Das werde ich dann noch weiter rausschreiben. Da oben haben wir gerade Delta Flieger. Das macht es natürlich immer spannend, wenn so ein paar Gleitfirmen Flieger unterwegs sind. So, die ersten Gäste sind schon oben. Da freuen wir uns drauf. Hi, lieber Thomas. Riccarda, guck mal, was du hier gerade verpasst. Schade, schade, dass du nicht dabei bist. Es ist immer wieder spannend, hier oben zu landen. Hi, lieber Ralf. Grüß dich. Und wir werden jetzt gleich wieder runterfliegen und die nächsten Gäste abholen. Guck mal, was für ein Erlebnis. Gleich sind wir hinten die Berliner Gruppe. Absolut gewaltig. Hier ist Silvana, die Flughelferin. Da hinten die ganzen Gletscher. Das sind unsere Gäste. Sie bleiben hier, die anderen steigen aus. Nein, du bleibst es. Sie bleiben. Zwei fliegen nochmal mit runter und die zwei steigen aus. Okay, dann machen wir es noch andersrum. Ja, gut. Ja, genau. So, gleich fliegen wir wieder runter. Ja, Sven, hallöchen. Ja, gummira. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt geht es mit Highspeed, da unten haben wir noch einen anderen Hubschrauber Hier hinten sehen wir unsere Sigtal Ja Eugen, vielen, vielen herzlichen Dank Jetzt fliegen wir runter, holen die nächsten zwei Gäste Und dann feiern wir oben wieder schön Top 100 Feier ist das diesmal Es gibt über 300.000 Trainer Ich habe die Ehre zu den 100 Top Trainern zu gehören Und das ist jetzt, seit zwei Tagen sind wir schon am Feiern Genau, T-Time, that's it Jetzt ist wieder das Wendt Ist auch ein bisschen mühsam mit denen, oder? Ein bisschen mühsam, oder? Das sind die glücklichen Gäste, die zweimal fliegen dürfen Die haben das Quiz bestanden Oh ja Eugen, das ist definitiv top und cool und geil Alles zusammen Ich bin jetzt schon so oft geflogen Und das ist jedes Mal dermassen faszinierend Einfach mega traumhaft Da drüben haben wir das Fünf-Sterne-Sobretta-Hotel Vor uns Kempinski Ganz im Hintergrund Wo wir gestern essen waren Nein, nein, ich bin der Passagier Ja, hi lieber Jochan Jochan ist jetzt oben Mit der ersten Tour hochgefahren Ah, hochgefahren, hochgeflogen So, später noch mehr Bilder dann oben vom Kovac Ich wünsche euch jetzt eine coole Zeit Bis nachher Ciao, bye bye So, da ist Fabian und Jan So, da ist Fabian und Jan Okay, ciao, bye bye